Es ist nicht unser Anliegen mit Verboten und mit der Route im Fenster zu winken, sondern wir wollen Handlungsanleitungen geben und deswegen ist auch das Motto der Umweltberatung Österreich vom Wissen zum Handeln. Die Umweltberatung ist eine moderne Serviceeinrichtung für vorsorgenden Umweltschutz, die auch ökologische Beratung anbietet. Die Arbeit geschieht in Teams, die regional verankert sind. Das Bildungsangebot reicht von telefonischer Beratung, Vorträgen, Workshops bis hin zur Projektarbeit und umfasst sämtliche Umweltthemen. Durch unser relativ großes Betreuungsgebiet, 120 Gemeinden mit 250.000 Einwohnern, ist es uns nicht möglich, jeden Ort einzeln zu betreuen. Daher haben wir uns entschlossen, modellhaft in einer Gemeinde Umweltschutzmaßnahmen durchzuführen, die dann von anderen Gemeinden übernommen werden können. Nach einer Ausschreibung haben sich mehrere Gemeinden beworben und wir haben die Stadtgemeinde Mistelbach für die Projektdurchführung ausgewählt. Das Projekt Umweltmustergemeinde ist ein Pilotprojekt, in dem fünf Umweltschutzmaßnahmen modellhaft durchgeführt werden. Es sind dies Abfallöffentlichkeitsarbeit, Eigenkompostierung, Solaranlagen-Selbstbau, Hausbauseminar, Reinigungsmittelumstellung in Großhaushalten. Ziel des Projektes ist es, dass nach dem Motto vom Wissen zum Handeln für möglichst viele Gemeinden und Bürger Impulse zu attraktiven, aktuellen Umweltschutzaktivitäten ausgehen. Mistelbach liegt im nordöstlichen Niederösterreich. Die Bezirkshauptstadt mit den umliegenden Katastralgemeinden zählt über 10.000 Einwohner. Die Stadt mit dem zum Teil ländlichen und zum Teil städtischen Siedlungsgebiet gilt als das wirtschaftliche, schulische, medizinische und kulturelle Zentrum des östlichen Weinviertels. Umweltschutz zählt seit jeher zu den vordringlichen Anliegen dieser Stadt. In der Gemeinde Mistelbach ist eigentlich die Frage Umwelt schon ein Thema, das sehr viele Jahre hindurch behandelt wird. Also wenn ich da denke an unsere grüne Straße, die in die 70er Jahre schon gemacht worden ist und Mülltrennung führen wir schon sehr, sehr lange durch. Was mir bei dem gesamten Projekt besonders gefällt, ist jetzt nicht von der Sache her, sondern dass sehr viel an Gruppendynamik mobilisiert wurde. Wenn ich denke jetzt an die Eigenkompostierung, es hat sehr viele und gibt auch noch Kompostpartys, es kommen die Bürger zusammen, reden über dieses Problem, es bilden sich neue Gruppen in der Gemeinde, egal ob das die Solaranlage ist, beim Hausbauseminar, bei der Eigenkompostierung, wo auch hier in diesem Bereich, so wie es auch bei der Dorferneuerung ähnlich ist, sich ganz einfach Menschen zusammenfinden und um das Problem, um das es geht, nämlich wie werden wir mit diesem Problem der Müllbeseitigung fertig, dass man das hier auf diese Art und Weise versucht gemeinsam zu lösen und das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt und auch die gute Zusammenarbeit mit ihnen, mit der Umweltberatung. Also wir befinden uns hier auf der Mülldeponie in Ames. Diese Deponie wird voraussichtlich in vier Jahren voll sein. Offiziell wird bis jetzt noch kein neuer Standort, kein neuer Deponiestandort gesucht. Das heißt, in vier Jahren wird das Problem auftauchen, wohin der Müll vom Bezirk Mislbach geht. Und meine Aufgabe in diesem Projekt ist es nun, die Mislbacher Bevölkerung durch Öffentlichkeitsarbeit dazu zu motivieren, das bestehende Sammelsystem für den Abfall besser auszunutzen und mehr Wertstoffe zu sammeln und zu verhindern, dass Problemstoffe hier auf die Deponie gelangen und unser Grundwasser gefährden können. Zum Beginn dieses Projektes im März vorigen Jahres starteten wir mit einer Fragebogenaktion. Hier wurde leider erhoben, dass der Großteil der Bevölkerung ihren Müll nicht ausreichend trennt. Auch die darauffolgende Müllanalyse hat gezeigt, dass noch immer mehr als die Hälfte des Mülls, der hier auf der Deponie landet, wertvolle Altstoffe sind, die wiederverwertet werden könnten. Ich denke dabei vor allem an die organischen Abfälle, an Küchen- und Gartenabfälle. Mülltrennung beginnt im Haushalt, eben dort wo er anfällt, wie zum Beispiel hier in der Küche. Und daher war es uns ein Anliegen, gemeinsam mit dem Verein für Konsumenteninformation und mit der niederösterreichischen Landesregierung herauszufinden, welcher Trendsystem empfehlenswert für Haushalte ist. Und da sind wir auf ein System gekommen, das uns jetzt die Frau Steingäubel zeigen wird. Wir haben ein System gesucht, das wir unter der Abwäsche montieren können und haben uns dann für dieses System entschieden. Es ist leicht zu montieren auf der Zwischenplatte des Kastens und wir haben vier Behälter, wobei ein Doppelbehälter in etwa 600 Schilling kostet. Wir sammeln darin Biomüll, den normalen Müll, Plastikmaterialien und Kartonagen. Am Bauhof kann man mehr als neun verschiedene Altstofffraktionen getrennt abgeben. Das sind Papier, Glas, Metalle, organische Abfälle, also Gartenabfälle, Styropor, Sperrmüll, Bauschutt, also eine Menge von Altstoffen. Bisher haben vier verschiedene Veranstaltungen in Mistelbach stattgefunden, die verschiedene Zielgruppen in der Bevölkerung angesprochen haben. Wir haben eine Ausstellung organisiert, die einen Monat lang in verschiedenen Orten von Mistelbach aufgestellt war und die sich die Bevölkerung anschauen hat können. Wir haben eine Müllanalyse mitten am Hauptplatz von Mistelbach durchgeführt. Der gesamte Müll des Lanzendorfer Haushalte wurde am Hauptplatz ausgeleert und dadurch konnte die Bevölkerung recht sehr eindeutig und sinnlich sehen, was alles in den Müll kommt, was sie alles dort hinwirft. Mit unserer Informationstätigkeit im Abfallbereich konnten wir vor allem die schon engagierten Bürger Mistelbachs erreichen. Insgesamt können wir nun am Ende unseres Projekts feststellen, dass die Mistelbacher Bevölkerung ihren Müll mehr trennt als noch vor zwei Jahren. Organische Abfälle befinden sich wesentlich weniger im Müll und vor allem Papier und Glas wird hervorragend getrennt. Unser Projekt war also vor allem ein Beitrag dazu, dass die Rohstoffreserven auch für künftige Generationen erhalten bleiben. Im Teilprojekt Förderung der Eigenkompostierung war es uns in der zweijährigen Öffentlichkeitsarbeit ein Anliegen, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zum getrennten Sammeln der organischen Abfälle zu motivieren. Wir wollten eine möglichst große Bevölkerungsschicht ansprechen, von jung bis alt und auf den Wert hinweisen, den der Kompost im eigenen Garten hat. Der geschlossene Kreislauf in der Natur soll anhand des Kompostierens den Leuten verständlich gemacht werden, nämlich Abfall wird zur Nahrung für die Bodenlebewesen, die verantwortlich sind dafür den Boden zu lockern. Bodentiere erzeugen dafür den Humus, der für unsere biologische Gartenwirtschaft unbedingt notwendig ist. Durch den Einsatz von eigenem Humus, von eigenem Kompost, ersparen wir den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Wir begannen die Arbeit damit, dass wir für die intensive Betreuung, die musterhafte Betreuung die Gemeinde Lanzendorf ausgewählt haben und begannen mit einem Schulprojekt. Im Rahmen dieses Schulprojektes mit der Landwirtschaftlichen Fachschule bereiteten wir die Schüler der Abschlussklasse darauf vor, dass sie Beratungen in Haushalten durchführen. Dabei wurden die Bewohner erstmals mit dem Projekt Umweltmustergemeinde konfrontiert und persönlich angesprochen. Bei der Fragebogenaktion im April 91 gab ein sehr hoher Prozentsatz der Bevölkerung an, bereits selbst zu kompostieren. Dem gegenüber aber steht das Ergebnis der Müllanalyse vom April ebenfalls, nämlich 20% organische Abfälle in der Restmülltonne, beziehungsweise im Herbst waren es sogar 30 Gewichtsprozent. Die Frage ist jetzt, was Sie kompostieren können. Auf jeden Fall aus der Küche die ganzen organischen Abfälle. Ja, also Sie sagen, Sie kommen aus Eibestal, das trifft Sie ganz gut. Da haben wir nächste Woche eine Kompostparty. Bei acht Kompostpartys, in denen das Kompostieren praktisch vorgezeigt wurde, fand ein reger Austausch über Erfahrungen, Fehler und Erfolge beim Kompostieren unter der Bevölkerung statt. Um die Maßnahmen, die wir in der Gemeinde Lanzendorf durchführten, auch in die anderen Gemeinden, Ortsteile von Misslbach weiterzutragen, haben wir Kompostfachkundige ausgebildet. Mit dem Ziel, dass in jedem Ort ein Ansprechpartner für die Bürger zur Verfügung steht für die Fragen zum Thema Kompost. Verschiedene Aktivitäten haben wir bei regelmäßigen Kompostfachkundigen-Stammtischen geplant und koordiniert. Ich bin eigentlich durch den Gemeinderat Böhm, also Umweltsgemeinderat Böhm, dazu gebracht worden, als Kompostfachkundiger mitzutun, also den Kurs mitzumachen. Und zwar aus ganz einfachem Grund, er ist bei mir vorbeigekommen, weil er etwas gebraucht hat und ich habe im Garten so einen Riesenhafen an kleine Äste und so Zeug angezogen. Und dann sagt er, um Gottes Willen erst, das gehört ja Kompostiert. Und dann sage ich, was weiß ich, ich habe zwar schon Kompostiert, ich habe nur so das kleine Zeug. Ja, das kann man auch. Mach einen Kurs, jetzt redet einer. Na gut, dann bin ich hingeredet zum Kurs. Ja, und siehe da, da habe ich sehr viel gelernt. Weil, was ich zuerst falsch gemacht habe, so von 100,80 Grad hat sie das gerade und auf jeden Fall habe ich auch einen guten Kompost zusammengebracht. Ich suche nämlich das Gespräch über einen Kompost hat, ja. Und irgendwie so, wenn man beim Stammtisch in einem Sonntagvormittag oder so privat und dann weiß ich, sind schon heute so, na geh, lass mir jetzt mal den Kompost anschauen. Du hast schon wunderbar, weil so viel Geld hast da fahren. Und dann kommen eh den guten und dann schauen wir sich, der sagt, na, sagt er erst, ist eigentlich nicht eine gute Sache, muss ja auch probieren. Ich glaube, dass in Marstorf das Projekt zurzeit gut läuft. Wir werden jetzt im Frühjahr wieder einen Häckseldienst durch mehr und weiter durchführen. Es ist ja sehr viel Material da, es passt fast nichts mehr an Platz. Der Häckseldienst ist ein zentrales Standbein bei der Förderung der Eigenkompostierung. Die Kompostierung vor Ort ist ökologisch und ökonomisch die sinnvollste Art zu kompostieren. Und der mobile Häckseldienst ist dabei eine sehr gute Unterstützung. Das Material wird vor Ort zerkleinert und gleich wieder im Garten entweder zum Mulchen oder für den Komposthaufen verwendet. Die Firma Öko-Recycling betreibt hier einen privaten Häckselservice. Eigentlich sollte man besser sagen Scharetterdienst, weil dieses Gerät, das wir einsetzen, ein Scharetter ist, der das Material so schön zerfasert. Wir haben im konkreten Fall den Auftrag von der Stadtgemeinde Mistelbach, die diese Sache auch finanziert. Den Häckseldienst haben wir, jetzt führen wir ihn zum vierten Mal durch im Frühjahr. Wir haben an die 22 Anmeldungen jedes Mal gehabt. Die Leute haben es wirklich genossen, dass das eigene Material zerkleinert wird und zu Hause wieder verwendet werden kann und dass daraus etwas wird. In zwei Orten in der Großgemeinde organisieren die Kompostfachkundigen einen zentralen Häckseldienst. Die Gartenbesitzer bringen das Material an einen zentralen Ort. Baum und Strauchschnitt wird dort von einem großen Häcksler zerkleinert und das Material kann wieder mitgenommen werden. Zusätzlich zum Häckseldienst wurde ein Obstbaumschnittkurs veranstaltet. Dafür gab es über 100 Anmeldungen, sodass der Kurs geteilt werden musste. Es wurden die Grundlagen des Obstbaumschnittes in Theorie und Praxis vermittelt. Eine Exkursion zu einem Kompostfachmann mit langjähriger Praxis bei der Eigenkompostierung wurde für alle Bürger der Stadtgemeinde angeboten. Die Wanderausstellung Kompost sollte alle Besucher inspirieren, selbst zu kompostieren. Sie konnte eine Woche lang in einer Bank in Mistelbach besichtigt werden. Lehrmaterialien, speziell zu den Themen Kompost und Garten, konnten jeweils für zwei Monate bei den Kompostfachkundigen entliehen werden. Nun stellt die Stadtbibliothek diese Materialien kostenlos zur Verfügung. Kinder sollten von Anfang an beim Kompostieren mit einbezogen werden und dadurch erfahren, wie Kompost entsteht und wofür wir diesen hochwertigen Humus brauchen. Neben einem theoretischen Teil soll praktisches erfahren und spielerisches Erleben im Vordergrund stehen. Wie sie sich in der Erde dreht, wie sie sich wenden und dann verschwinden, auf dem man immer wieder sieht. Die Energieversorgung ist zur Schlüsselfrage der Industriegesellschaft auf dem Weg in das 21. Jahrhundert geworden. Der allergrößte Teil unserer Umweltprobleme geht auf die Verfeuerung fossiler Brennstoffe zurück. Aus diesem Grund werden wir in Zukunft andere, umweltfreundliche Energieformen verstärkt einsetzen müssen. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasseraufbereitung. Das Prinzip ist denkbar einfach. Das Sonnenlicht dringt durch die Glasscheibe in den Kollektor und wird auf der Absorberfläche in Wärme umgewandelt. Die Wärme wird auf das mit Frostschutzmittel gemischte Wasser in den Rohrleitungen übertragen und gelangt mittels Umweltspumpe und Wärmetauscher in den Speicher. Das abgekühlte Frostschutzwassergemisch fließt anschließend zurück in den Kollektor und wird von Neuem erwärmt. Eine elektronische Steuerung vergleicht laufend die Temperaturen im Kollektor und Speicher und setzt die Pumpe in Betrieb, wenn das Wasser im Kollektor wärmer als im Speicher ist. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht erkennen kann, in diesem Weinviertler Dorf hat der Weg in eine bessere Energiezukunft bereits begonnen. Wir haben uns mehrere Ziele in diesem Projekt gesetzt. Durch Öffentlichkeitsarbeit soll ganz allgemein die Bewusstseinslage der Bevölkerung zur Nutzung der Sonnenenergie verbessert werden und die Idee des Solaranlagen-Selbstbaus verbreitet werden. Folgende Vorgangsweise hat sich in Niederösterreich seit 1990 und in der Steiermark schon wesentlich früher bewährt. In Einführungsvorträgen werden die Grundzüge der Sonnenenergienutzung durch erfahrene Referenten dargestellt. Für Interessierte wird eine gemeinsame Exkursion organisiert, wo man bei bestehenden Solaranlagen mit den Betreibern Erfahrungen austauschen kann. Bei einer Dimensionierungsbesprechung erfährt man über Größe und Kosten einer eigenen Anlage. Hat sich eine Gruppe zum Selbstbau von Solaranlagen entschlossen, wird mit entliehenem Werkzeug und dem Know-how einer geschulten Person der Absorberbau begonnen. Unter Verwendung dauerhafter erprobter Materialien erfolgt die eigentliche Bautätigkeit der Gruppe. Die abschließende Montage der Anlage, unter Berücksichtigung einer meist ausreichenden Bauanzeige, wird je nach Geschick selbst oder unter Zuhilfenahme eines Installateurs oder Spenglers durchgeführt. Ich habe mich schon gleich zu Beginn, wie Solaranlagen aufgekommen sind, auf der Wiener Messe dafür interessiert. Allerdings ist da die Angelegenheit noch zu teuer gekommen. Die Amortisation hätte ungefähr 30 Jahre bedurft. Ich habe also darauf gewartet, dass bei uns auch eine Selbstbaugruppe kommt, weil ich die Entwicklung in der Steiermark verfolgt habe. Und ich war also, wie da bei uns, davon die Rede war, sofort dabei und habe gesagt, da tue ich mit. Wir haben zuerst in der Solarbaugruppe Dimensionierungsbesprechung gehabt. Und im Anschluss daran wurde ich durch einen Spezialisten, der also über die Solarbaugruppe engagiert wurde, beraten. Und der hat mir so einen Plan gezeichnet, wie also diese ganze Verschaltung zu den bestehenden Bufferspeichern, zum Doppelmantelboiler und zum bestehenden Heizkessel möglich ist, inklusive der entsprechenden Steuerungstechnik. Der Einbau ist dann also durch mich selbst erfolgt, nach den Plänen, die also bei der Einzelberatung gezeichnet wurden. Ja, ich erwarte mir eine wesentliche Einsparung in den Übergangsmonaten, wenn es so wie heute, März, April, beim Tag schon angenehm warm ist, wo man es auch nicht mehr einheizen will. Dann soll die Solaranlage so viel Energie in den Bufferspeicher liefern, damit dann am Abend die Wohnung angenehm temperiert und vor allen Dingen der Fußboden fußwarm ist. Für den Selbstbau in unserem Gemeindegebiet konnten wir circa 40 Personen gewinnen. Darüber hinaus ist es uns aber auch noch gelungen, circa fünf Personen dazu zu bewegen, sich fertige Solaranlagen, die im Handel erhältlich sind, bei Solatören zu erwerben. Wir konnten im Gemeinderat einen Beschluss fassen und für die Zukunft eine Solarförderung durchsetzen. Wir glauben, durch diese Förderung für die Zukunft des Solaranlagenbaus in unserer Stadtgemeinde richtungsweisend gehandelt zu haben. Auch in vielen anderen Gemeinden Österreichs gibt es bereits Direktförderungen der Länder und Gemeinden für die Errichtung von Solaranlagen. Für mich war es wichtig, bei diesem Projekt Leute zu gewinnen, die bereit sind, etwas für die Umwelt zu tun. Ich kann sagen, dass ich bei diesem Projekt die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht immer leicht war, Menschen zu motivieren. Auf der anderen Seite jedoch kann ich sagen, ich habe viele neue Freunde gewonnen und wir haben in unseren Baugruppen eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt und eine schöne Zeit miteinander verbracht. Und ich kann allen Leuten nur empfehlen, auf diesem Weg für die Umwelt einen kleinen Beitrag zu leisten. Wir befinden uns hier auf der Baustelle von zwei Hausbauseminarteilnehmern, die im Rahmen des Projektes Umweltmustergemeinde Mistelbach beim Hausbauseminar mitgemacht haben. Jeder Hausbau ist ein Eingriff in die Natur. Wir wollen mit unseren fünftägigen Seminaren dazu beitragen, dass Häuslbauer sich intensiver mit der Planung und dem Bau ihres Lebenswerkes beschäftigen. Die Durchführung des Hausbauseminars erfolgt in drei Teilen. Zu Beginn des ersten Teils erhält jeder Teilnehmer einen Seminarordner. Praxiserfahrene Referenten stellen die Bausteine eines Öko-Solarhauses vor. Unter anderem Wahl des richtigen Standortes, Nutzung der Sonnenenergie, Auswahl der Bau- und Dämmstoffe nach ökologischen Gesichtspunkten, Möglichkeiten der Wassereinsparung, wie zum Beispiel durch Regenwassernutzung, Architektur und Innenausbau und Fragen der Finanzierung runden den theoretischen Teil ab. Im zweiten Teil besuchen die Teilnehmer verschiedene Sonnenhäuser in der Region, unter anderem auch das eines Solararchitekten und Referenten der Hausbauseminare. Mein Hauptanliegen ist, in der heutigen Energie und vor allem auch stehenden Umweltsituation aufzuzeigen mit diesem praktischen Beispiel hier anhand dieses Hauses und auch der anderen, die besucht werden, dass man heute ein Haus bauen kann ohne Mehrkosten, das aber ein Zehntel von der konventionellen Energie verbraucht wie die normalen anderen Häuser, die heute gebaut werden. Das heißt, wir können mit etwas Vernunft, mit Wärmedämmung und mit Sonne nur ein Zehntel der Energie verbrauchen wie normale andere Häuser. Das ist kein Zauber mehr und kein Hoffnung, kein Meinen. Ich bin gespannt, ob das geht, sondern es ist also mathematisch berechenbar, so wie eine Statik von einem Betonunterzug zu rechnen ist, wie viel Eisen da reingehört, dass eben die Lasten aufnimmt. Die Seminarteilnehmer fertigen als Hausaufgabe ein Grundrisskonzept und ein Lehmmodell ihres zukünftigen Traumhauses an und bringen es zum dritten Seminarteil, dem Workshop, mit. Unter fachkundiger Betreuung werden die Modelle und Pläne weiterentwickelt. Für die speziellen Fragen der einzelnen Teilnehmer stehen die Referenten zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist, so mitten in die Fläche. Ich meine, es ist schön, in einem Hof, als Zentrum, einen Hofbaum zu haben, Zum Abschluss des Seminars präsentiert jeder Teilnehmer sein zukünftiges Haus. Die Schwerpunkte der Planung werden vorgestellt und von den anderen Seminarteilnehmern können Anregungen noch in die eigene Planung mit einbezogen werden. Ja, wir haben uns eigentlich konkret Tipps erwartet und haben gedacht, wenn es nur einige Dinge bringt, dann sind wir schon sehr zufrieden. Da wurden unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Wir hätten nie gedacht, dass in einem so kurzen Zeitraum so viel objektives Wissen vermittelt werden kann. Beginnend mit Baubiologie über Sonne und Gartengestaltung bis zum Modell. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir in Mistelbach ein zweites Hausbau-Seminar veranstaltet. Es haben nun über 30 Familien an diesem Seminar teilgenommen und bereits mit konkreten Bautätigkeiten begonnen. Eine Neuigkeit ist die Möglichkeit, auch die Einrichtplanung mit den Referenten des Seminars durchzuführen. Mehr als die Hälfte der chemischen Putzhilfen wird von Großverbrauchern wie Gemeinden, Krankenhäusern und Schulen eingesetzt. Die Tendenz, Mechanik, also letztlich Arbeitszeit durch Chemie zu kompensieren, ist steigend. Der Verbrauch beispielsweise an Bodenreinigungsmitteln hat sich von 1975 bis 1988 um 50 Prozent erhöht. Der Bereich der gewerblichen Reinigung bzw. der Großverbraucher war bisher von jeglicher Diskussion ausgespart. Millionen werden hier verputzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Millionen Liter von Reinigungsmitteln gelangen auf Böden, Fenster, Türen, WC-Anlagen und Möbeloberflächen. Ich habe das Projekt Reinigungsmittelumstellung in Großhaushalten in Mistelbach durchgeführt. Das war im Wesentlichen einmal zu schauen, was wird denn hier verwendet an Produkten, wie wird gereinigt, welche Geräte stehen zur Verfügung, in welchen Intervallen wird gereinigt und welche Probleme gibt es. Und da ist es schon im Zuge der Erhebung zur Diskussion von verschiedenen Problemen gekommen, also zur Beratung meinerseits, wie man das jetzt lösen könnte oder welche Alternativen es da gibt. Wesentlich erscheint auch, was wir hier auch probieren im Projekt, ist die Mitarbeiter zu schulen, ihnen bewusst zu machen, mit welchen Chemikalien sie es täglich zu tun haben, wodurch sie selber gefährdet sind, nicht nur die Umwelt, sondern sie persönlich. Reinigungsmittelumstellung heißt aber nicht nur, von Produkt A auf Produkt B umzustellen, sondern unserer Meinung nach muss in erster Linie eine Reduktion von Chemie angestrebt werden. Eine der problematischsten in Großhaushalten eingesetzte Methode stellt die Grundreinigung mit anschließender Beschichtung dar. Dieser Vorgang dient nicht der Reinigung, sondern verfolgt nur den Zweck Hochglanz von Böden durch Einsatz von Chemie. Ein Grundreinigungsmittel enthält organische Lösungsmittel, wasserlösliche Lösungsmittel, Tenside, Phosphate, Konservierungsmittel, Parfum. Der pH-Wert bewegt sich zwischen 8 bis 10,5. Der strahlende Hochglanz bleibt aber nicht ohne Folgen. Mit dem Abwasser entsorgt, gefährden diese Chemikalien letztlich unsere Umwelt. Nur durch Verzicht auf Hochglanz kann der Ausstieg aus dieser Giftspirale gelingen. Die Alternative besteht darin, neben den gewöhnlichen Altzweckreinigern vermehrt Wischpflegemittel einzusetzen. Diese selbstregulierenden Pflegemittel tragen Schmutz und den alten, abgetretenen Pflegefilm ab. Gleichzeitig wird ein neuer, seidenmatter Film aufgebracht. Was noch dazu beiträgt, die Chemie zu reduzieren, beziehungsweise weniger Chemie zu verbrauchen, ist der Einsatz von der richtigen Technik. Das heißt, wenn ich in der Woche 5 Tage, 4 Tage davon mit einem nebelfeuchten Gase-Tuch wische und nur einmal in der Woche nass aufwasche, kann ich hier schon Chemie einsparen. Folgende Empfehlungen und Maßnahmen wurden erarbeitet. Erstens, es werden nur mehr Reinigungsmittel gekauft, die in der Putzmittelrecherche der Umweltberatung Österreich positiv bewertet wurden. Zweitens, zentraler Einkauf durch die Stadtgemeinde zur Einschränkung der Produktvielfalt. Drittens, Einsatz von Ein-Liter-Gebinden und Dosierhilfen. Viertens, Beauftragung einer Person in der Gemeinde, die für alle Belange der Reinigung, wie zentraler Einkauf, Lagerung, Verteilung sowie laufende Information zuständig ist. Fünftens, Zwischenreinigung statt Grundreinigung mit anschließender Beschichtung. Sechstens, Verzicht auf routinemäßige Desinfektion. Siebentens, Öffentlichkeitsmaßnahmen wie zum Beispiel Elternbriefe, Schulstunden, Vorträge. Bisher fanden zahlreiche Informationsveranstaltungen statt. Sie wurden rege besucht von Reinigungspersonal, Schulwarten, Kindergärtnerinnen, Direktoren, auch der zuständige Beamte, mit dem ein guter Kontakt besteht. Die interessierte Teilnahme aller Betroffenen lässt mich positiv in die Zukunft blicken, im Hinblick darauf, dass hier in Zukunft ökologisch vertretbare Produkte eingesetzt werden. Dieses Projekt Umweltmustergemeinde, das wir nun gemeinsam mit der Umweltberatung Weinviertel durchgeführt haben, ist glaube ich insofern von großer Bedeutung, als die Einbindung der Bürger und der Bevölkerung ja sehr intensiv bei diesen Projekten stattgefunden hat. Und man setzt sich mit der gesamten Problematik dabei dann auseinander, was hier im Bereich der Müllvermeidung vor allem geschehen soll. Und ich glaube, es wäre da sicher von Vorteil, wenn diese Form der Arbeit, die ja auch eine ganz intensive Öffentlichkeitsarbeit darstellt, wenn das sehr breit gefächert auch in Zukunft weitergeführt werden könnte, wenn auch andere Gemeinden und Bürger unserer Region hier in diese Form der Arbeit mit einbezogen werden, weil das, glaube ich, ganz einfach die beste Form der Information darstellt, wenn man sich mit einem Thema selbst intensiv auseinandersetzt. In Österreich gibt es 14 Umweltberatungsstellen und dieses Beispiel, das Sie jetzt eben gesehen haben, eine Umweltmustergemeinde aufzubauen, können Sie mit jeder der 14 Umweltberatungsstellen durchführen. Dieses soll nicht ein einzelnes Beispiel bleiben, sondern es ist unser Anliegen, viele kleine Steine in Richtung umweltverträglicheres Handeln aneinanderzusetzen. Und wir glauben, dass es besonders wichtig ist, die Bevölkerung und die Gemeinden in ihrem täglichen Handeln zu unterstützen. Es ist nicht unser Anliegen, mit Verboten und mit der Route im Fenster zu winken, sondern wir wollen Handlungsanleitungen geben und deswegen ist auch das Motto der Umweltberatung Österreich vom Wissen zum Handeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017